Hallo zusammen, ich sitze hier mit Nikolaus Matter, mit Martin Bröske. Martin ist heute unser Gast, er ist systematischer Theologe, hat lange in Friburg unterrichtet, unterrichtet systematische Theologie, unterrichtet jetzt Ethik am TDS in Aarau. Und wir sprechen heute gemeinsam über die Frage, werden wir überhaupt noch sterben? Und es ist eine Frage, die natürlich sich nicht selbst erklärt, die man erklären muss. Und zum Einstieg einfach nur die Bemerkung, wir leben in einer Zeit, im Zeitalter des Transhumanismus, wo es Menschen gibt, eben Transhumanisten, TranshumanistInnen, die sich selbst als eine Bewegung versteht und auch artikuliert, die auch Bücher publizieren, die prominent sind, die TED-Talks halten, die sich in anderen Medien äussern, mit der Aussage, wir werden nicht unbedingt sterben müssen. Also ganz konkret wird das bei zum Beispiel Aubrey de Grey, der ein Gerontologe ist und der die Überzeugung hat, dass wir mit wissenschaftlichem, mit technischem, mit medizinischem Fortschritt, vor allem im Blick auf, was wir mit unseren Genen machen können, unsere Lebensspanne, beziehungsweise Gesundheitsspanne, dass man die verlängern kann und dass in der Zeit, die wir verlängern können mit einer neuen Entwicklung, wir genügend Zeit haben werden, um etwas Neues herauszufinden, wie wir das Leben wieder verlängern können. Und in dieser neu gewonnenen Zeit werden wir wieder technologieren, weil sich die Technologie, der Fortschritt quasi beschleunigt, werden wir quasi den Tod immer weiter hinauszögern können und in dem Sinne ewig leben. Und das Heilsversprechen, die Prognose heisst, wer heute unter 30 ist, ist sehr wahrscheinlich mit dabei, wenn wir quasi abheben und das Leben unendlich lang machen können. Wir werden also nicht mehr sterben müssen. Und daher die Frage, werden wir überhaupt noch sterben müssen? Nikolaus, Martin, was denken die beiden dazu? Naja, schön, wir haben hier schon mal eine geteilte Gruppe. Für dich reicht es nicht mehr. Für mich reicht es nicht mehr, aber ich finde es schön. Ich finde ja, dass mein Leben auf dieser Welt endlich ist, finde ich sehr wünschenswert, während ich die Perspektive der Transhumanisten, dass dieses Leben hier unendlich fortgesetzt wird, in keiner Weise wünschenswert finde, sondern schlicht identisch mit dem, was man theologisch mal Hölle genannt hat. Das ist jetzt mal gleich einen kräftigen Gegenakzent. Kannst du das erklären? Was ist die Hölle? Die Hölle ist, dass jeder Moment einer unendlichen Spanne vollkommen bedeutungslos wird. Und das ist die notwendige Folge einer nicht mehr begrenzten Lebenszeit auf dieser Erde. Weil was Christen sich unter ewigem Leben vorstellen, da kommen wir vielleicht später noch drauf, das ist etwas ganz anderes als die bloße Perpetuierung endlicher Zeit. Während dieses Fortschreiten der endlichen Zeit ergibt genau das, was der alte Hegel eine schlechte Unendlichkeit genannt hat. Eine schlechte Unendlichkeit, die am Ende jeden Augenblick bedeutungslos macht. Und deshalb meine ich, das ist die Hölle auf Erden. Und vielleicht, um das gerade am Anfang schon ein bisschen gesellschaftskritisch zu machen, könnte man sagen, es ist vor allem auch die Hölle für ganz viele Menschen, die sich das dann doch irgendwie wünschen und irgendwie diese Vision sehen und sehen, die Leute werden immer reicher, immer schöner, immer länger. Aber selbstverständlich ist das keine universelle Vision. Es ist eine Vision für einige wenige. Ja, also im Selbstanspruch ist natürlich der Transhumanismus schon universal. Der Anspruch wäre schon, dass wir dann allen Menschen irgendwie zugänglich sein und das wird auch reflektiert. Faktisch ist es natürlich so, dass wir in einer Zeit leben, wo manche Menschen nicht mal genügend Nahrung haben, in ihrem Grund den Tag zu kommen und andere unendlich viele Ressourcen haben, um gewisse Enhancements oder gewisse solche Dinge zu tun, um sich selbst zu heilen oder irgendwie mit Technologie zu verschmelzen oder diese Art von Experimenten machen können. Der Anspruch wäre schon, dass das für alle gilt. Und um jetzt das mal stark zu machen oder versuchen, das nachzufüllen, natürlich ist die Vorstellung, wir leben, oder mindestens wir, wir, die es gut haben, die irgendwie wohlhabend sind und Ressourcen haben, und das haben ja eben nicht alle, aber wir, die Ressourcen haben, leben. Und das ist doch toll, es gibt viele gute Dinge. Man kann kreativ sein, man kann mit Freunden zusammen sein. Warum wäre es nicht gut, mehr von dem zu haben, das zu verlängern, mehr Zeit zu haben, damit man auch neue Freunde finden kann und auch da Freundschaften schliessen kann. Was spricht quasi dagegen? Das Gute, was wir haben, quantitativ zu steigern. Zunächst einmal nichts. Innerhalb eines gewissen Rahmens. Wenn ich jetzt denken würde, vielleicht, die Physiologen sagen uns ja, jenseits solcher technischen Utopien liegt das Maximum so bei 120. Dann würde ich sagen, ja, natürlich ist es schön, dass heute Menschen, das gilt ja auch für unser Verhältnis zu unseren Altforderern, dass heute Menschen länger gesund sind, länger Dinge tun können im Alter, oder dass das Alter für sie eine gute Zeit ist und so weiter und so weiter. Aber noch einmal, wenn die sozusagen vertikale Dimension verloren geht und das Ganze nur noch eine horizontale Perpetuierung ist, dann verliert jedes Moment, weil es ja unendlich iterativ wiederholt werden kann, verliert notwendigerweise seine Kostbarkeit. Das heißt also, da bin ich ein bisschen, ohne Nietzscheaner zu sein, aber auch von Nietzsche inspiriert, zu sagen, dass gerade auch in der Endlichkeit etwas liegt, das die Dinge kostbar werden lässt. Und das geht dann genau in dieser schlechten Unendlichkeit verloren. Also ich bin sehr dafür, wie gesagt, ich bin sehr dafür, dass der Fortschritt der Medizin an ganz vielen Stellen noch Plagen und Nöte beseitigt, aber die Perspektive einer unendlichen Iteration einfach, das finde ich keine Verheißung. Das finde ich eher ein Problem. Um vielleicht da anzuknüpfen, und wenn du sagst, was wäre das Negative, wenn man irgendwie quantitativ einfach das verbessern könnte und verlängern könnte, vielleicht kann man, man könnte das auch ja schon jetzt sagen, wir sind ja jetzt auch schon, man könnte sagen, wir sind auf dem Weg zu einem Transhumanismus, wir sind schon lange auf diesem Weg. Wir haben schon eine unglaubliche Potenzierung von quantitativ einem Mehr, von Möglichkeiten, von was der Soziologe Hartmut Rosa Weltaneignungsmöglichkeiten nennt. Weltreichweite. Die Weltreichweitenvergrösserung, genau, und dann haben wir die Möglichkeit, die Welt anzueignen durch, sagen wir, Smartphones oder durch alles, was wir heutzutage haben, durch das Internet vor allem. Und doch würde man ja bereits jetzt, sieht man ja auch, dass es durchaus problematische Punkte gibt und dass eine solche Quantifizierung überhaupt nicht eine höhere Qualität in der Gemeinschaft, in der sozialen Abhängigkeit, in unserem Alltag eigentlich fördert, sondern man sieht, dass es zwar Segen ist, bis zu einem gewissen Grad, aber dann doch auch wirklich eine Schattenseite hat. und wenn das schon jetzt, wenn man es schon jetzt sieht, in dem Sinne wäre dann die Frage, ist es wirklich, ist dieses Versprechen wirklich sinnvoll? Also macht es Sinn zu sagen, ja, es wird besser, weil es mehr wird? Ja, also ich denke, diesen Punkt, den habt ihr ja beide angesprochen, den finde ich auch sehr wichtig. Der Unterschied von Qualität und Quantität, also quasi einfach viel oder einfach mehr, oder gibt es da wirklich ein Besser, eine qualitative Verbesserung und ich finde den, die Aussage, wenn man unendlich viel hat, dann wird alles einzelne wertlos, ist ja doch irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Also es macht irgendwie Sinn, aber vielleicht wäre ein Beispiel, ein Beispiel wäre vielleicht in der Kommunikation, wo man eben gerade mit dem Handy, mit dem Internet, mit sozialen Medien, mit beinahe unendlich vielen Menschen interagieren kann. Also man hat viel mehr Kontakt, als wenn ich zu jeder einzelnen Person hingehe und mit dir sprechen muss, von Angesicht zu Angesicht, aber dann geht doch auch was in der Qualität der Kommunikation verloren. Zum Teil, ich kann natürlich nur viel weniger, ich kann nur im Internet, nur übers Internet, ich kann nur tippen, ich kann nicht reden. Es geht extrem viel von dieser Beziehung, geht auch verloren, das merkt man mit Fernbeziehungen, dass das nicht dasselbe ist wie eine Beziehung, wo man eben einander nahe ist. Und trotzdem ist es doch so, dass die Christen oder eine christliche Welt sich auch so etwas wie eine, oder wir müssen jetzt darüber reden, aber auch eine Verlängerung oder ein ewiges Leben kennt, das ja dann auch nichts mit der Zeit mehr zu tun hat. Und zum Beispiel, ich weiss gerade nicht, was er ist, er heisst Martin Haglund, ist von Yale, von der Universität, ich glaube Literaturwissenschaftler, hat ein Buch geschrieben, This Life, dieses Leben. Und da ist seine These, er vertritt stark die Endlichkeit und sagt, Endlichkeit ist wichtig, wie du gesagt hast, weil sonst machen die Dinge keinen Sinn und haben keinen Wert. Und dann kritisiert er aber alle Religionen, die ein Jenseitsleben kennen, ein Leben nach dem Tod, weil er sagt, wenn man eigentlich daran glaubt, dass es nach dem Tod noch weiter geht, dann wird alles, was hier und jetzt ist, egal oder entwertet. Also er sagt, man kann nicht wirklich sich im Hier und Jetzt um die Welt, um die Menschen, um sich selbst im guten Sinne kümmern, wenn man eigentlich damit rechnet, dass am Ende alles gut kommt nach dem Tod, jenseits des Todes. Und das wäre quasi eigentlich die Gegenthese, wo man dann plötzlich sich fragt, ist das Christentum wieder näher beim Transhumanismus als vielleicht am Anfang. Zumindest in dem Sinn, dass es auf etwas abzielt, das sozusagen Endlichkeit nicht in sich verschließt, sondern in sich birgt. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, dieser Form von Endlichkeit, wie heißt er? Hecklund? Ja, genau. Martin Hecklund. Martin Hecklund vertritt. Diese Form von Endlichkeit beruht auf einem auf einem metaphysischen Irrtum. Weil auch Martin Hecklund seine Endlichkeit nur hat, indem er jetzt auf eine andere Weise, als der Transhumanismus es will, seine Endlichkeit zugleich übersteigt. Also ich glaube, dass wir funktionieren, wie Kierkegaard das formuliert hat, in der Krankheit zum Tode auf den ersten Seiten, als eine Synthesis von Endlichkeit und Unendlichkeit. Und diese Unendlichkeit hebt aber die Endlichkeit nicht auf, sondern sie bringt sie in ein Verhältnis zu sich, indem ich mich zu mir verhalten muss. Und das ist genau die Aufgabe. Das ist die Aufgabe meines endlichen Lebens, mich aus dieser Selbsttranszendierung heraus zu mir zu verhalten und darin meine Freiheitsgeschichte gleichsam gültig zu machen, einzubergen. Allerdings kann ich sie im Letzten nicht selber einbergen, sondern Kierkegaard würde sagen, ich muss mich zudem in ein Verhältnis setzen, der mich gesetzt hat. Und das ist, glaube ich, genau die Position endlicher Freiheit. Die Position endlicher Freiheit ist nicht eine in sich abgeschlossene, vollkommen in sich verschlossene Endlichkeit, sondern eine Endlichkeit, die sich selber hat, indem sie sich überschreitet. Nur um zu klären, dass ich es richtig verstanden habe. Wenn wir versuchen, einfach zu formulieren, dann ist es so, vom Alltagsleben her ist es so, dass ich mich selbst als frei erfahre. Ich kann tun. Und das heisst, immer wenn ich mich entscheide, dieses oder jenes zu tun, oder auch mit meinem Leben, mit meinem Körper etwas zu tun oder es nicht zu tun, dann ist es, wie wenn ich mich zu mir selbst verhalte, wie wenn ich in gewisser Hinsicht mich selbst eben übersteigen muss, mich selbst anschauen können muss, wie von außen, und dann deswegen frei wäre, überhaupt etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Und das ist das, was du meinst mit, ich übersteige, ich transzendiere mich selbst und habe ein Verhältnis zu mir selbst. Und ohne das wäre man nicht frei. Wichtig wäre, dass wir unsere Freiheitsgeschichte nicht atomisieren. Das heisst, dass wir nicht eine Summation von Einzelakten haben, sondern wir schreiben unsere Biografie. Wir schreiben unsere Biografie. Und wenn wir uns atomisieren, ist das schon etwas, was uns Leiden macht. Das gibt es natürlich auch, dass man sich zerfleddert. Aber das ist genau das, genau das, was wir eigentlich wollen. Was wir eigentlich wollen, ist, dass wir in unserer Freiheitsgeschichte, wie die Alten gesagt haben, ich finde das einen wunderbaren Ausdruck, der aus der antiken Philosophie stammt, aber den man christlich wunderbar aneignen kann. Wir wollen in Freundschaft mit uns selber leben. Das ist eigentlich der Punkt. In Freundschaft mit sich selber leben ist genau diese geborgene Endlichkeit. Diese geborgene Endlichkeit, die dann auch weiss, woher sie kommt. Und diese Herkunft annimmt auch auf eine verheißene Zukunft hin. Vielleicht nur ganz kurz um das, was du gesagt hast, von Hecklund aus Yale. Ich würde mich dieser Kritik anschliessen bei manchen Vorstellungen von wie das Leben nach dem Tod sein wird und wie, und natürlich wie, und das war ja auch vor allem auch im Protestantismus, aber auch sonst ist es immer wieder eine Versuchung, eine allzu starke Jenseitsversessenheit zu haben, die dann nichts zu tun hat mit dem, was ich jetzt hier mache. Aus dieser Sicht, und ich kann mir vorstellen, dass er auch genau so etwas angetroffen hat oder antrifft, würde ich ihm recht geben und sagen, das stimmt. Aus einer solchen Perspektive kann wirklich für diese Welt vielleicht nicht viel Gutes rausspringen. Ich würde dann aber sagen, klassisch, christlich, metaphysisch, würde man, müsste man diese Sicht durchbrechen und so wie du gesagt hast, also die Unendlichkeit oder Ewigkeit ist immer schon Teil unserer endlichen Erfahrung oder unseres endlichen Seins, weil wir teilhaben an Gott und an diesem Jenseits, an dieser Ewigkeit schon jetzt, weshalb es auch diese, weshalb es nicht diese Trennung gibt, sondern schon jetzt, die Ewigkeit, die ich glaube, wir als Christen uns wünschen, ist eine, die schon jetzt bis zu einem gewissen Grad erfahrbar ist und nicht eine, die immer herausgeschoben werden muss, wie es im Transhumanismus. Deshalb gibt es, glaube ich, auch diese Beziehung zwischen Ewigkeit und dem qualitativen Augenblick. Es gibt ja so Augenblicke, das kann ganz ehrlich, das muss nicht unmittelbar religiös sein, obwohl es immer letztlich metaphysisch und religiös konnotiert ist, aber das kann zum Beispiel auch in Begegnungen mit Kunst geschehen. Also wenn dir ein toller Text ein Hymnus von Hölderlin oder ein Kunstwerk, ein Bild, ein Musikstück plötzlich aufgeht und du merkst, wie sich Welt öffnet darin und mehr als Welt. Das ist das Paradoxe dabei, dass da nicht nur ein Welthorizont plötzlich aufsteht, nicht, wenn der Guadini hat das mal geschrieben, wenn der von Gochenstuhl malt, nicht, dann klingt, wie war das? Toll, weil es so ästhetisch auch wird, dann klingt darin der Ton der Welt. Tolle, tolle Formulierung, dann klingt darin der Ton der Welt. und in diesem verdichteten Augenblick ist gleichzeitig etwas da, was Nikolaus gerade Ewigkeit genannt hat. Ich stimme euch beiden voll zu. Was mir noch nicht ganz klar ist oder was ich mir wünschen würde, man könnte es klarer formulieren, ist der metaphysische Fehler von Hagel und warum dieses Denken etwas voraussetzt, das es selbst nicht einlösen kann. Und das Zweite wäre dann auch nachzufragen, wenn die Ewigkeit schon jetzt erfahrbar ist in diesen Momenten von, die wir eben in, keine Ahnung, Schönheitsmomente, Erfahrungen, in diesen Arten von Erfahrungen, wenn wir die jetzt schon machen könnten, dann fragt der Transhumanist, die Transhumanistin, vielleicht wieder zurück, warum dann nicht einfach mehr von diesen Erfahrungen, wo das Ewige drin aufblitzt quasi? Warum wäre es dann nicht trotzdem besser, das auszudehnen? Aber das vielleicht für später, dieser metaphysische Punkt, wäre die Herausforderung, wäre, wenn es nicht so etwas gibt, etwas Transzendentes, etwas Jenseits von der Welt, dann wäre es gar nicht möglich, sich zu sich selbst so zu verhalten. Und es gäbe keine Endlichkeit als Kostbarkeit, weil mir Endlichkeit als Endlichkeit gar nicht gegeben wäre. Endlichkeit als Endlichkeit als Gegebene ist immer schon überschrittene Endlichkeit. Im Grunde genommen haben Transhumanisten, aber auch solche radikalen Endlichkeitsdenker haben eine richtige Intuition, nämlich, dass Endlichkeit und Transzendenz, Endlichkeit und Intensität etwas miteinander zu tun haben. Die einen, indem sie den Augenblick meinen, dadurch zu behalten, indem sie ihn perpetuieren und sagen, wir dürfen, wir müssen das Sterben abschaffen, der andere, indem er sozusagen das transzendierende Element, das diese Kostbarkeit überhaupt erst freilegt, sozusagen in die Endlichkeit selber reinpackt. Und das ist eben auch falsch gedacht. Ich habe Endlichkeit als Endlichkeit nur, indem ich sie überschreite. Wenn ich einfach nur, man kann sich das wirklich ganz bildhaft vorstellen und deshalb auch ganz einfach, wenn ich ganz und gar, also ein Wesen wäre, das in dieser Endlichkeit vollständig drin steckt, dann würde ich sie als Endlichkeit als Endlichkeit nicht mehr wahrnehmen können. Das heißt, wenn ich Endlichkeit als Endlichkeit auch in ihrer Bedeutung wahrnehmen kann, dann muss ich sie überschritten haben. Und deshalb scheint mir diese Kirchengorsche Überlegung der Menschen, das ist eine Synthese aus Endlichkeit und Unendlichkeit oder Pascal hat es auch wunderbar formuliert. Pascal gibt es diese Formel, die paradox ist, die ganz bewusst paradox ist, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches. Heißt, ich bin ein endliches Wesen in einem unendlichen Überschritt. Wenn ich reine Unendlichkeit wäre, wäre ich Gott. Wenn ich aber eine Unendlichkeit, wenn ich aber, wenn der Mensch sich selbst überschreitet auf Unendlichkeit hin, dann ist er ein Wesen, das wir am besten am Ende beschreiben als ein Wesen der Teilhabe, wie Nikolaus eben schon gesagt hat. Aber das würde heissen, dass eigentlich sich im grundlegenden Weltbild schon entscheidet, wie man auf die Frage antwortet. Also es ist wirklich eigentlich nicht eine konkrete Frage im Sinne von, bist du für dieses, für diese technologische Entwicklung oder für dieses oder gegen dieses, sondern eigentlich, je nachdem, wie man die Welt sieht, ist ewiges Leben im Sinne von, also unendliches Leben, einfach immer mehr Leben, ist die einzige Option, die man hat. Weil das ist das Spannende, dass Hagelund da landet. Er landet dann bei, und weil dieses Leben hier wertvoll ist, aber zerfließen wird und wir endlich sind und sterben werden, müssten wir uns jetzt dafür einsetzen, möglichst lange zu leben, möglichst viele Menschen zu heilen, möglichst viel Gutes zu tun. und gleichzeitig hat es auch was Tragisches, weil er ja am Ende irgendwie selbst weiss und das ihm ja auch sagt, aber das wird alles kaputt gehen und wenn es weg ist, ist es weg wie Sand, Sand quasi am Strand, das Gesicht, das dann verwischt. Und von dem her fragt, ja, da fragt man sich dann, ja, aber warum lohnt es sich dann? Und zwar eben, und jetzt macht es schon Sinn, weil er darin einen Wert erkennt in diesem Endlichen, den wir auch spüren, deswegen lohnt es sich, aber dann würden wir quasi theologisch denken, aber Endlichkeit hat nur Wert, wenn es was gibt, was die Endlichkeit übersteigt, wenn es Gott gibt, der die Welt nie geschaffen hat, gewollt hat. Die christliche Vorstellung zumindest ist nicht die einer Perpetuierung, wir es vorhin schon mal angesprochen haben, sondern die einer begegnenden Fülle. und ohne diese begegnende Fülle des Lebens Gottes würde ich sagen, interessiert würde ich mich auch nicht dafür interessieren. Also diese Vorstellung, diese bürgerliche Rest, Eschatologie nenne ich das immer, die wir bei Wilhelm Busch finden, der Leib liegt auf dem Kanapé, die Seel springt in die Höhe, Joche, das reicht definitiv nicht. Oder der Münchner im Himmel, der Münchner im Himmel, das ist ja diese lustige Geschichte mit dem Aloisius, der am Halleluja-Singen mit der himmlischen Harfe am Ende so irre wird, dass er sozusagen den Himmel wieder verlassen möchte. Weil das ist in der Tat, das ist die perpetuierte Endlichkeit, die perpetuierte Endlichkeit und die hält am Ende keiner aus. Aber vielleicht können wir, weil du das jetzt angesprochen hast, ich glaube nämlich, dass auch viele Christen eben durch diese Bilder, durch diese Vorstellungen ganz stark in diese Richtung tendieren, vielleicht nicht mal, wenn sie darüber reflektieren, sondern vorreflexiv, dass das einfach in der Vorstellungswelt ist das so ein bisschen da, eine negative Unendlichkeit eigentlich, ein ewiges Weiter, wie jetzt, vielleicht noch ein bisschen schöner, aber dann eben sitzt man in der Wolke. Wie man sich den Himmel vorstellt. Wie man sich den Himmel vorstellt, genau. Weil dasselbe stimmt auch für die transhumanistische Intuition, da müssen wir dann vielleicht auch noch darauf kommen, wie verstehen die denn Menschen, damit sie überhaupt auf die Idee kommen, wir können den perfektionieren und so optimieren, dass wir nie mehr sterben werden. Aber jetzt schon da, ich hatte eine ähnliche Frage, ja. Aber würde die dann sagen, man stellt sich Leben nach dem Tod oder Ewigkeit, das hat nichts mehr mit Zeit zu tun, wie wir sie erfahren. Zeitstrahl quasi. Wobei man das totale Alter auch nicht übertreiben sollte. Also jetzt wiederum, es wäre auch wiederum sozusagen in der Form einer reinen Theologie negativer, es wird alles ganz anders sein und so weiter. Das stimmt natürlich irgendwo auch. Und trotzdem muss man sagen, eben auch alles, was wir hier als gut erfahren, ist darin geborgen. In der Weise eines unendlichen Übertreffens. Dann ist es auch wieder formulierbar, und zwar so formulierbar, dass man das auch wirklich verkündigen kann. Karl Rahner hat mal auf die Frage eines kleinen Jungen, und ich finde das sowas von unglaublich genial, auf die Frage eines kleinen Jungen, ob man im Himmel, der natürlich begeistert vom Fußballspielen ist, gefragt, ob man im Himmel auch Fußball spielen kann. Das war natürlich für ihn der Inbegriff des Guten schlechthin. Was antwortest du auf so eine Frage? Wenn du jetzt sagst, also jetzt von oben herab her kommst und du anfängst zu belehren und sagst, also nein, das wird alles völlig anders sein, es wird zwar total schön sein, aber es wird total anders, ist der Junge trotzdem tief enttäuscht, weil für ihn ist an dieser Lebensstelle, an diesem Punkt, wo er ist in seiner Entwicklung, Fußball spielen, der Inbegriff des Guten, Schönen und Wahren. Punkt. Und auf der anderen Seite, einfach zu sagen, ja selbstverständlich wird da Fußball gespielt, nicht? wäre auch keine gute Antwort, weil das würde wieder die Endlichkeit festlegen. Und Rana hat geantwortet, ich finde es unglaublich genial, ja, wenn du dann noch willst. und das bringt genau die Sache auf den Punkt, weil sozusagen alles, was für den jungen Mann in dem Fußballspiel drin steckt war, ist geborgen und gleichzeitig übertroffen. In der offenen Perspektive, wenn du dann noch willst, ist sozusagen gleichzeitig das Überschießende, die Fülle, das Pläroma mit aufgenommen. Weil es schon jetzt daran teilhat, oder könnte man sagen. Also es ist nicht nur im Sinne von geborgen, dass es jetzt hier irgendwie gut hat, aber muss dann von außen her noch mit eingenommen werden, sondern es ist, weil schon jetzt darin etwas aufblitzt von dem, wie es dann, oder wie es was wirklich schön und gut und wahr ist, deshalb ist es natürlich darin geborgen, weil es auch seinen Ursprung darin hat und daraufhin angelegt ist. Wenn ich jetzt, obwohl ich das natürlich teile, wenn ich jetzt kritisch nachfragen würde, warum ist das jetzt nicht nur Spekulation und zwar nicht im schönen, vollen, philosophischen Sinne, sondern was wären, wie begründen wir als Christinnen, als Christen, dass man derart über die Zukunft sprechen wird, dass irgendwie das, was jetzt wichtig und schön und gut und wahr ist, geborgen wird und da noch eine Rolle spielt in dem, was kommt und gleichzeitig die Erfahrung, die wir täglich machen und in den Medien und was auch immer, die Erfahrung des Todes, dass wir sterben werden, dass sich unser Körper zersetzt, dass die Dinge, die wir mögen, wahrscheinlich sich auch zersetzen werden, dass vielleicht am Ende die Welt im Kältetod erstarrt, wenn sich das Universum wieder unendlich ausdehnt. Was begründet die Hoffnung, dass es geborgen ist und durch den Tod überlebt? Weil von diesen beiden oder von dieser Erfahrung her startet ja der Transhumanismus und sagt, wir werden sterben, deswegen ist der Tod ein unendliches Übel, das wir mit allen möglichen Mitteln bekämpfen wollen und wenn wir scheitern, dann scheitern wir, aber solange wir irgendwas tun können, versuchen wir das zu tun. Mit einem Wort würde ich sagen, die Auferstehung Christi. Genau, ich würde an dieser Stelle sagen auch, so sehr wir anthropologisch begründen können, dass der Mensch eben ein solches Wesen der Selbsttranszendenz ist, dass er eine Endlichkeit nur hat, indem er seine Endlichkeit überschreitet und so weiter und so weiter, ist diese Frage, was mit dieser Endlichkeit am Ende geschieht, sozusagen nicht von ihr selbst her beantwortbar. Das ist etwas, was ich glaube, nur durch die Selbstmitteilung des Gottes, der diesen Kosmos und uns selbst geschaffen hat, möglich ist. Ich möchte auf einen, deshalb direkt am Ende auf einen theologischen Zusammenhang zusteuern. Unter den Streitgesprächen Jesu gibt es ja nur ein einziges mit den Sadduzeern. Das ist ein wahnsinnig spannender Text und ich finde da, wenn das nicht eine unangemessene Kategorie wäre, weil wir von Jesus eigentlich anders reden müssen, aber ich finde Jesus an dieser Stelle einfach brillant, wie er antwortet. Die Sadduzeer glauben nicht an eine Auferstehung von den Toten. Die haben als Grundlage auch nur die Tora. Nur die Tora ist Heilige Schrift, Pentateuch, die fünf Bücher Mose. Und eben, sie glauben nicht an die Auferstehung. Jetzt wollen sie Jesus aufs Kreuz legen, weil die wissen, dass er die andere Position vertritt, die damals zum Beispiel von den Pharisäern, von Essener und so weiter vertreten worden ist. Und sagen ihm jetzt, also da gibt es doch im, in der Tora gibt es doch die Vorschrift, wenn ein Mann stirbt und er hat keine Kinder und er hat einen Bruder, dann soll der Bruder dafür sorgen, dass der Name dieses Mannes nicht verloren geht, indem er die Witwe heiratet und dann das Kind gehört dann zu seinem Bruder. Dann wird gesagt, also siebenmal verheiratet, jedes Mal kein Kind und wessen Frau ist sie jetzt? Und dann antwortet Jesus zunächst einmal einfach darauf, dass er sagt, liebe Leute, das ist der Zusammenhang von Generativität, den gibt es eschatologisch nicht mehr in dieser Weise. Den braucht es ja auch nicht mehr. Also das heißt, Zeugung, Zeugung, genau. Deshalb werden sie sein wie die Engel im Himmel, das heißt nicht leiblos, aber eben in der Weise, dass eben Fortpflanzung keine Rolle mehr spielt. Und dann sagt er und argumentiert er mit der Tora, also mit dem, was die Sadduzeaner kennen und das finde ich ein irrsinnig gutes, also brillantes Argument, dann sagt er, also passt doch auf, also da im Dornbusch und so, da nennt er, nennt Jesus doch, er stellt sich Gott doch vor als der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Und Gott ist doch ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und wie funktioniert dieses Argument? Dieses Argument sagt, es ist eben keine Reflexion, obwohl es dafür gute Argumente gibt, dass es im Menschen irgendwas Unzerstörbares gibt. Eine unsterbliche Seele oder so etwas, wie wir das aus der klassischen griechischen Philosophie und später kennen. Sondern es ist das Argument, das gesagt wird, der lebendige Gott, zu dem du in einer lebendigen Beziehung stehst, der lässt dich aus dieser Lebendigkeit nicht rausfallen. Und das ist für mich das Entscheidende. Das ist für mich die Antwort. nicht, dass die Beziehung, die ich zu diesem Lebendigen, zu diesem absolut Lebendigen, dem Leben schlechthin, nicht, dem Ewigen und Lebendigen haben kann, dass die so ist, dass sie diese verhüllte Grenze, die der Tod da ist, nicht, also der, biblisch gesprochen, hüllt der Tod unseren Äon ein mit einer opaken Schicht, die wir nicht durchschauen können. nicht aus, und, und, aber in diesen Raum hinein offenbart sich dieser Gott als der Lebendige, als der schlechterdings Lebendige, der uns in die Beziehung zu seiner Lebendigkeit aufnimmt. Wer in diese Beziehung zu dieser Lebendigkeit aufgenommen ist, der fällt da nicht mehr raus, wenn er nicht selber will. Nicht? Und das wäre für mich, das wäre für mich die Antwort, von der her Hoffnung begründet ist. Und das, das genau das, genau das ist, hat seinen Kulminationspunkt natürlich in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil da derjenige, der, der definitiv gewollt hat, der definitiv gehorsam war, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, wie der Paulus sagt, eben durch den Tod hindurch nicht im Tod gelassen wird. Daraus entsteht ja dann auch eine andere, eine andere Haltung dem Tod gegenüber. Das eben das, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass der transhumanistische Zugang hat zunächst was Plausibles, weil man es irgendwie nach, also nicht, dass wir nicht sterben werden, aber die Idee, der Tod ist ein Feind, wir müssen ihn bekämpfen, hat übrigens auch was Christliches. Das Christentum würde auch sagen, der Tod ist ein Feind und man kämpft gegen den Tod, Christ sein und an das Leben nach dem Tod glauben und heisst ja genau nicht, sich nicht mehr sozial oder politisch oder irgendwie zu engagieren in dieser Welt, sondern die christliche Haltung dem Tod gegenüber. Genau, da hätte ich noch Nachfragen jetzt wollen. Es ist eine christliche Haltung, irgendwie sich gegen den Tod zu stellen, ihn als Feind zu betrachten und trotzdem gibt es ja auch sowas wie ein sich anfreunden mit der eigenen Sterblichkeit, dass zur christlichen Weisheitstradition das auch was mit Reife zu tun hat und er auch dazugehört. Also es gibt beides. Und für beides gibt es glaube ich eine Zeit. Blumhardt sagt, wir sind Protestleute gegen den Tod für die Christen und das halte ich für eine sehr gute Aussage. In der Tauert, mit dem Tod sollte man sich nicht abfinden. Der ist ja auch eigentlich, wenn wir dem kanonischen Narrativ, also das was die Bibel im großen Bogen erzählt, nachgehen, dann ist Tod am Anfang nicht vorgesehen. Wir haben dann Schwierigkeiten, das naturwissenschaftlich zu deuten, weil wir wissen, dass Organismen endliche Wesen sind. Aber wir können uns das ja von der Bibel mal sagen lassen und dann darüber nachdenken, was es heißen könnte. Aber auf jeden Fall dort in dem Plan, in dem großen Plan, der dann am Ende eben ins himmlische Jerusalem führt, über den ganzen großen kanonischen Bogen hinweg, da ist Tod am Ende nicht vorgesehen. Und insofern sollte man sich auch nicht einfach mit ihm abfinden, überall wo er in den verschiedensten Formen nach dem Menschen greift. Es ist ja auch so, für die Bibel ist ja die, der Tod nicht einfach nur ein biologisches Ereignis, noch nicht einmal primär ein biologisches Ereignis, sondern eigentlich ein Abbruch von vertikalen und horizontalen Kommunikationslinien. Das heißt, der erfährt Tod, der sozusagen in die Isolation auf sich zurückgeworfen ist. Deshalb gibt es einen Tod sozusagen vor dem biologischen Tod. Und gegen diesen Tod sollte man immer kämpfen. Der hat natürlich auch was mit dem biologischen und insofern ist medizinischer Fortschritt was Wunderbares. Man muss da gut und klug mit umgehen, aber da ist nichts gegen zu sagen. Und auf der anderen Seite sollte man aber nicht in diesen Fehler verfallen, den Tod zu einem Feind zu machen, der mich am Ende doch immer besiegt. Das ist ja die große Gefahr auch der modernen Medizin, dass eigentlich diese Nichtannahme der Endlichkeit dann dazu führt, dass ich mit allen Mitteln versuche, die dann manchmal auch für den Menschen nicht gut ist, den Tod hinauszuschieben, weil sozusagen der Tod die definitive Niederlage ist. Und der christliche Weg wäre eigentlich der zwischen diesen beiden, zwischen den Polen eines reinen, am Ende aber sinnlos werdenden Kampfes und einer bloß resignativen Annahme hindurch. Und in der Tat, da bleibt am Ende wieder, kann ich meine Endlichkeit annehmen? Kann ich meine Endlichkeit annehmen? Wenn ich meine Endlichkeit annehmen kann, dann kann ich den Kampf führen für mich und für andere Menschen, der sozusagen sinnvoll ist und ich kann dort, wo sich die definitiven Grenzen zeigen, diese Grenzen auch am Ende annehmen. und dort vielleicht oder als Frage könnte man nicht auch als Christ sagen, dass in Christus, in dieser Offenbarung, wie wir schon vorher darüber gesprochen haben, wird wirklich ein neues Licht auf den Tod geworfen, zwar immer noch als Feind, als letzter Feind, aber wie Paulus schreibt, wo ist dein Stachel, weil die, der Abbruch nicht mehr geschieht, weil in Christus sozusagen vorweggenommen wird, dass eben, wie du gesagt hast, dieses Leben durchgehalten wird durch Gott hindurch und in Gott und dass deshalb der Tod nicht mehr das Letzte sein muss, das wird sozusagen in Christus sichtbar und ist, also es gibt ja bis zu den Momenten, wo man auch sagen muss, der Tod kann auch etwas Erlösendes haben, also zumindest in der unmittelbaren Erfahrung, also als Beispiel vor, im Januar ist meine Grossmutter gestorben und sie war sehr, sehr alt, 95 Jahre alt, sie hatte sehr fortgeschrittenes Alzheimer, also erkannte niemanden mehr, hat einfach noch biologisch gesehen gelebt, war eine fromme Frau ihr Leben über und dann kam dieser Tod und er war nicht, er wurde von niemandem von uns als sozusagen dieser, als Einbruch, als dieses brutale Erfahren, natürlich ist es ein riesiger Unterschied, eine alte Frau lebenssatt, das ist natürlich nicht zu vergleichen wie mit den Lagern in Auschwitz, das ist klar, aber dort, dass es erfahrungsmässig auch so sein kann, dass der Tod so etwas gibt wie eine erlösende Funktion des Todes, weil es eben nicht das Letzte ist, sondern nur ein Durchgang in mehr Leben. Ja, ja, also ich denke, ich denke, das ist genau der Punkt, dass der Tod für uns aus einer weltlichen, phänomenologischen Perspektive, wie wir das Leben erfahren, Abbruch ist und dann ist er einfach weg und dass es eben eine andere Perspektive braucht, vielleicht eben eine Transzendente, eine Gottesperspektive, um zu sehen, um das als Durchgang zu verstehen in ein anderes Leben und der Einbruch wäre dann wiederum, wäre dann genau Christus, wäre die Auferstehung. Ich habe mir auch gedacht, du hast vorhin gesagt, wenn man das von den Schöpfungstexten, also von Genesis Schöpfungsbericht her liest, dann muss man sich quasi von der Bibel mal sagen lassen und hat dann Schwierigkeiten, es naturwissenschaftlich zu belegen, aber natürlich auch mit Christus irgendwie immer noch, aber ich denke, als Christ kann man genau von der Auferstehung her zurückblicken und sagen, der Tod ist wieder natürlich, der wäre eigentlich nicht geplant, weil wenn Jesus auferstanden ist und ein Leben jenseits des Todes, nicht einfach zurück, also nicht wie Lazarus und der stirbt dann wieder schon, wirklich ein Leben, das den Tod nicht mehr kennt, der Tod wurde besiegt durch deinen Tod, heisst es ja in der Bibel. Wenn das möglich ist, dann wird offenbar, eben, das hatten wir auch besprochen schon in einem anderen Podcast über die Auferstehung, dass der Tod unnatürlich ist, eigentlich nicht zum Leben dazugehört und irgendwie sekundär dazukommt, nicht irgendwie später vielleicht chronologisch, aber was eigentlich Sekundäres ist, nicht ursprünglich Teil der Schöpfung. Von da aus kann man die transhumanistische Sehnsucht dann wieder verstehen. Man kann sie verstehen, aber eben in der Regel ja mit transhumanistischen Positionen verbundenen Naturalismus gewinnt sie halt eine in unserer Sicht falsche Perspektive. Und das Faszinierende ist dann, woher kommt die Sehnsucht? Warum kann die Sehnsucht bleiben? Darüber haben wir auch geredet, vielleicht wäre das noch spannend zum Abschluss über das Menschenbild, das damit kommt. Weil, wie gesagt, auf der Ebene der Theorien, wie sie sich die Welt erklären, sind die meisten Transhumanisten eigentlich Materialisten. Sie würden sagen, es gibt nicht mehr als Materie und würden auch Bewusstsein oder so irgendwie funktionalistisch erklären. Aber es wird sich darauf eingehen, auf diese Debatte, aber quasi ein Weltbild, das in der Theorie von denen völlig mathematisch beschreibbar, physikalisch erklärbar, wissenschaftlich, technisch beherrschbar ist. Und von daher kommt auch die Zuversicht, der Mensch ist auch irgendwie so, ist auch irgendwie wie eine Maschine oder wie ein Mechanismus, den wir vollkommen erklären und verstehen können und deswegen dann auch optimieren und verbessern bis zur Unendlichkeit können. So wäre die Theorie, aber das Faszinierende ist, dass die Sehnsucht, die da ist nach ewigem Leben, dass die eigentlich vielleicht, das wäre jetzt eine These zum Besprechen, eine religiöse Sehnsucht ist, eine christliche Intuition oder eine religiöse Intuition ist, die aber nicht unbedingt in die Theorie reinpasst, sondern eher im Bauchgefühl halt noch da ist. Und das geht ja, man kann ja gewisse Dinge glauben, die man, wenn man darüber redet, eigentlich nicht glaubt oder gewisse Dinge plausibel finden, die man in der Theorie eigentlich unplausibel findet und umgekehrt. Und da erscheint dann der Transhumanismus wie eine Art oder auch diese Vorstellung, das Leben können wir verlängern oder auch Hägglund erscheint wie der Versuch, innerweltlich und nachchristlich das zu bewahren, was aber eigentlich eine urmenschliche Sehnsucht ist, die wir christlich auch haben, aber sie anders deuten, sie anders begründen oder überhaupt irgendwie begründen. Das war ja der Punkt mit Hägglund. Woher kommt die Intuition, dass das Endliche kostbar ist? Dass es gut wäre, dass man nicht stirbt, dass es weitergeht. Das qualitative Moment. Und dazu müssten wir als Christen vielleicht viel stärker noch, das was du ja auch in deiner Masterarbeit stark gemacht hast, eine Eschatologie formulieren, die wirklich auch die Materialität dieser Welt mit einbirgt und zur Vollendung führt. Ich finde das 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief immer wahnsinnig spannend, weil der Paulus sich offensichtlich überhaupt keinen anderen Modus der Weltvollendung vorstellen kann, als eine solche, in der letztlich der ganze Kosmos in die Unmittelbarkeit zu Gott kommt und ohne diesen Kosmos eigentlich keine Vollendung da ist. Also die Vorstellung eben genau dieser bürgerlichen Rest-Eschatologie mit der Seele, die vom Kanapé springt eben keine, für ihn schlicht und ergreifend keine Vorstellung von Vollendung wäre. Paulus kann sich Vollendung nur vorstellen als Auferstehung von den Toten. Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen und ein Resümee versuchen auf die Frage, werden wir überhaupt noch sterben? Was wäre dann die Antwort aus unserem Gespräch? Und dann können wir es an die Zuschauerinnen und Zuschauer stellen. Es ist eigentlich sehr spannend, weil wir wenig wirklich darüber gesprochen haben, werden wir überhaupt noch sterben, sondern uns mehr halt damit beschäftigt haben, welche Vorstellungen hinter solchen transhumanistischen Utopien stecken und welche Vorstellungen hinter einer christlichen Sicht oder wie eine christliche Sicht sozusagen Ewigkeit denken möchte, im Unterschied zu einer schlechten Unendlichkeit, also eines ewigen Weitergehens des Immergleichen. Und ja, also das würde ich sagen, ist so ein bisschen, was wir gemacht haben. Und dann natürlich auch die Vorstellung, die aus meiner Perspektive nur wirklich aus einer christlichen Perspektive gemacht, oder eine gute Vorstellung von wieso der Mensch die Sehnsucht hat, einerseits ewig zu leben und andererseits auch, warum es nicht sein kann, dass das rein immanentistisch, rein innerweltlich ist, sondern vielmehr, warum das zusammenkommen muss, warum Transzendenz, also dieses Jenseits irgendwie jetzt ankommen muss und warum sich aus dieser Dialektik oder aus diesem Hin und Her von Endlichkeit und irgendwie Überstieg dieser Endlichkeit, warum nur das eigentlich wirklich eine denkbare Möglichkeit ist. Martin Würzke, willst du noch einen Schluss für das machen? Werden wir noch sterben? Meine Perspektive wäre, hoffentlich werden wir noch sterben, in der Weise, in der Perspektive, wie wir es formuliert haben, nämlich letztlich hinein durch diese opake Grenze hindurch in die Lebensfülle Gottes, weil das ist für mich eine Verheissung und nicht die Verheissung einer sozusagen unendlich perpetuierten Lebenslinie. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, danke Martin für das Gespräch, danke Nikolas, wir sind gespannt auf eure Kommentare, beantwortet doch ihr in den Kommentaren die Frage, werden wir überhaupt noch sterben oder nicht und wäre das gut oder nicht gut, wenn wir sterben würden. Damit ihr auf dem Laufenden bleibt mit den folgenden Videos und neuen Podcast Episoden, abonniert doch den Kanal und drückt auf die Glocke.